Musik Servus und willkommen zum nächsten Part des Let's Play FIFA 14 Karrieremodus Wir sind wieder am Start, haben in der letzten Folge, naja, ein bisschen rumgealbert Ein bisschen rumgeguckt, was denn so im Karrieremodus mittlerweile möglich ist Haben uns die ersten Transfers angeguckt, die wir tätigen könnten Und dann seht ihr auch Eda und Jackson Martinez, die ja auch von euch teilweise gewünscht wurden Ich weiß immer noch nicht, welchen Stürmer ich mir holen werde, wir werden sehen Aber in dieser Folge, kann ich schon mal verraten, verpflichten wir schon immer Zumindest schon mal einen, der entweder Ersatz wird oder eventuell sogar Stammstürmer Wir werden es, ich werde es noch nicht verraten, weil ich weiß es ehrlich gesagt selber noch nicht, was er im Endeffekt werden wird Auf jeden Fall ist Draxler noch angeschlagen, deswegen packt man Clemens rein und Scholloi in den Sturm Und gucken da mal nach, ob Clemens vorstet ist, sagt er leider nicht Aber so springen wir erstmal ins erste Spiel gegen Stadt Rennes Und zwar mit Blau gegen Rot zu Hause in der Felddienst Arena Und gucken nochmal alles nach, setzen nochmal, weil ich vorher ein Tutorial gemacht habe Die ganzen Sachen vom Computer wieder von 0 auf 50 Denn wenn ich ein Tutorial mache, beziehungsweise versuche eins zu machen Was nicht wirklich geklappt hat mit dem Scorpion Kick Dann macht man das so Und hier die erste Chance für den Gegner durch Nelson Oliveira Aber der geht zum Glück für uns nicht rein Und Hildebrand kann den Abschlag machen und damit ist diese Szene auch vorbei Dann Freistoß, 33. Minute Marc Kuhn bringt ihn in die Mitte Da ist Emerson, er verliert das Kopffeld Irgendwie kommt der Ball nochmal in die Mitte Nach dem Feld Und Alessandrini kann dann zum Glück nicht mal raufschießen, weil Koscellny da ist Clemens dann mit dem Pass auf Außen Auf Jefferson Fafan Fafan, der zieht mal ein bisschen den Turbo an Und geht über Außen Emerson kommt da nicht hinterher Niemand kommt so wirklich hinter Fafan hinterher Der geht immer weiter Der flankt in die Mitte In der Mitte steht der Czoloi Colasso 1 zu 0 In der 37. Spielminute Wunderbarer Konter Perfekt vorgetragen Von Fafan Und Scholloi Die das gebührend mit dem Endentanz feiern 1 zu 0 Im ersten Spiel Auf Schalke Wunderbar Besser kann es noch nicht laufen Für uns als neuen Coach Des FC Schalke 04 Gute Flanke Und guter Kopfball Von Adam Scholloi Die hier das 1 zu 0 Für uns markieren Naja wir gehen in die nächste Szene 49. Minute Einwurf für uns Da haben wir Jones Jones mit dem Ball nach vorne Auf Scholloi Jetzt mit dem Pass auf Uchida Uchida ist ganz frei durch Mit dem Volley und Goll Was? Wie kann man den dann drüber Und auch Uchida Unser Rechtsverteidiger Sollte den im Normalfall reinmachen Aber was soll's Und dann kommt der Anfang Vom Ende Aogo und Clemens Sehen wir hier in dieser Einstellung Aber das ist eigentlich vollkommen irrelevant Denn wir nehmen einen Wechsel vor Ich weiß gar nicht Ob Clemens ausgewechselt wurde Vielleicht wurde er deswegen eingeblendet Wir werden es gleich sehen So ja Clemens und Scholloi raus Maier und Huntela rein Hündela Wie auch immer man ihn aussprechen möchte Und der Abschluss von Ndaia Aber das ist irrelevant Denn Alessandrini mit dem Freistoß Gut abgewehrt von der Mauer Nochmal abgewehrt mit dem Armour Das ist irrelevant Weil das Handspiel nicht eingeschaltet ist Papadopoulos will klären Aogo irgendwie Goretzka Keine Ahnung was die da alle machen Aogo erobert sich jetzt gleich wieder Den Ball Passten in der Mitte Warum auch immer Da ist Nelson Oliveira Und naja ich sag mal ehrlich Hildebrand sieht nicht gut aus Aber das war natürlich Einfach mein Abwehrfehler In der 65. Minute steht es Ja 2 Ne 1 zu 1 Steht es Nelson Oliveira Ein ehemaliger Ja sehr guter Spieler Im FIFA 13 Ultimate Team Habe ich den sehr gerne gespielt Als Stürmer Von Portugal Von Portugal Squads Aber das ist vollkommen irrelevant Denn ja Stadren macht weiter Und da haben wir Alessandrini Alessandrini nimmt irgendwie Mit einer Körpertäuschung Papadopoulos hoch Und ach du scheiße Hildebrand Wir brauchen definitiv Einen neuen Torwart Denn das geht absolut gar nicht In dieser Situation Timo Hildebrand Einfach die größte Pfeife Ich weiß es war nicht Ideal verteidigt Ich sag auch nicht Dass ich der beste Verteidiger bin Aber ganz im Ernst Sowas kann Timo Hildebrand Auch wirklich mal halten In dieser Situation Absolut unmissverständlich Aus dem Weg gesprungen Beziehungsweise absolut Unverständlicherweise Aus dem Weg gesprungen Und an dieser Stelle Unverständlich Gruß an XB Gandalf Der Sergio Kun Aguero In Form gezogen hat Bei Ultimate Team Der Ich kann es gar nicht beschreiben Wie sehr ich ihn hasse Denn er hat nur noch Per Glück Und was soll es Ich wollte diese Widmung Noch machen Und das war es dann Aus dieser Partie Ich habe gerade auch noch Eine Kopfballchance gesehen Die aber leider nicht Verwertet werden konnte Weil er nicht dran gekommen ist Und wir verlieren Unser erstes Spiel In der Arena Auf Schalke mit 1 zu 2 Es geht absolut nicht gut los Für uns als Coach Des FC Schalke 04 Es war auch wirklich Im Endeffekt verdient Weil ich mich erst noch An den Karrieremodus Und an die Spielschwierigkeit Gewöhnen muss Und an das Team Und an das System Vom FC Schalke 04 Das ist einfach so Danach haben wir Hünder direkt verkauft Das war also sein letztes Spiel Auf Schalke Und ich wollte mal gucken Was es so für Stürmer gibt Die man sich kaufen konnte Ich dachte es wird immer noch Ein Rating gelistet Da ist mir aufgefallen Ach ne Das Rating wird ja gar nicht Mehr angezeigt Genau Und deswegen muss man sich Alles durchgucken Von A bis Z Die ganzen Namen Und ich hatte da Verständlicherweise Ich denke mal Das ist auch für euch verständlich Keinen Bock drauf Und bin deswegen Wieder auf Scouting gegangen Beziehungsweise auf die Mannschaft Beziehungsweise auf Weiter Und da gehen wir dann Zum nächsten Spiel Gegen den FC Barcelona Und wenn wir schon Gegen Rennes verloren haben Dann wird das gegen Barcelona Wahrscheinlich auswertend Auch noch eine Klatsche werden Aber zumindest verpflichten wir Mal einen neuen guten Spieler Und zwar Gese Rodriguez Von Real Madrid Für 6,5 Millionen War das glaube ich Und das ist ein sehr sehr guter Preis Für den jungen Mann Und naja So was jetzt als nächstes Der Fehler war Bemerke ich gerade Wir haben unseren Linksverteidiger Oder Innenverteidiger Irgendwas Nicht ausgewechselt Der eine Form nach unten hatte Und eventuell werden wir das Im nächsten Spiel bemerken Wir werden es sehen Erstmal verkaufen Der ist nicht so viel wert Aber bei Schalke Zählt jeder Penny Naja So ernst ist es auch nicht Aber man kann ihn trotzdem Verkaufen Zusammen mit Obasi Wenn die beiden weggehen Sind das ja immerhin Schon mal 2 Millionen Und die helfen immer weiter Allein schon für Scouting Und so weiter und so fort Oder für Scouts Die man neu einstellen möchte Hildebrandt lohnt sich Nicht mehr zu verkaufen Einfach weil er alt ist Aber einen neuen Keeper Werden wir uns trotzdem holen Ich weiß immer noch nicht wen Aber es sieht im Moment so aus Als wenn es Quen Castells werden sollte Ich möchte nochmal Dass ihr mir unter diese Folge schreibt Welchen Keeper Ich mir denn holen soll Ein letztes Mal Es geht wirklich nur um die Frage Welchen Keeper Stürmer könnt ihr mir zwar Auch gerne dazu schreiben Aber das ist nicht ganz so wichtig Wie Keeper So wir wechseln dann erstmal Dachte ich zumindest Draxler aus Aber anscheinend Wechseln wir doch nicht Draxler aus Sondern lassen ihn drin Denn er ist wieder fit Und wird gegen Barcelona starten Und Barcelona Startet auch Und zwar gut Neymar mit dem Ball am Fuß Übrigens nicht Die A-Elf Die spielt Hildebrandt hält Und Klawan Und naja 1-0 Kavlak heißt er nicht Klawan Spielt eigentlich glaube ich Bei Fener Batsche Oder irgendwo in der Türkei Aber in FIFA war wahrscheinlich Freier Spieler Und Barcelona hat ihn sich geangelt Wenn er das überhaupt ist Aber er sieht schon so ähnlich aus Und macht ihn mit dem Seitfallzieher das 1-0 Es geht also wieder Ordentlich gut los Für uns in diese Partie Und es ist wirklich Wieder nicht viel passiert Weil Chancen Armut auf beiden Seiten Aber dann kommt Chorleu Chorleu mit dem Naja Go Und Goretzka Hatte den Pass gespielt Auf Chorleu Der ist mittlerweile In die Mitte gelaufen Und da ist er Goretzka Zweites Kopfballtor Im zweiten Spiel Nicht für ihn persönlich Aber für uns Und unser zweites Tor Ist wie gesagt Wieder ein Kopfballtor Und wieder ist es Ein wichtiges Tor Denn es ist beim letzten Mal Der Führungstreffer gewesen Und diesmal der Ausgleichstreffer Im Camp Nou Gegen den FC Barcelona Und somit haben wir Alle Chancen gewahrt Dass es doch noch Etwas werden könnte In dieser Partie Mit einem Unentschieden Mit einer Punkteteilung Die Punkte die es in der Vorbereitung Gar nicht gibt Oder zumindest mit einem Sieg Zumindest mit einem Sieg Vor allem gegen Barcelona ausfällt Aber das wäre ja trotzdem Sehr, sehr wünschenswert Wir springen in die zweite Halbzeit Da haben wir Chorleu Mit dem Ball auf Boateng Boateng allein auf weiter Flur Könnte das eventuell auswerden Mascherano wird einfach Ein bisschen verarscht Weil er ein bisschen sich wendet Und zack Da ist der Schuss Zum 2 zu 1 57. Minute Wir führen gegen den FC Barcelona Der Bär wird gefeiert Beziehungsweise mit den Bären Wird gefeiert Und das ist wirklich glorreich In dieser Situation Denn wir führen 2 zu 0 Und besser kann es 2 zu 1 Und besser kann es im Camp Nou Fast nicht laufen Für den FC Schalke 04 Und ihr habt eventuell gemerkt Dieser Schuss war sehr, sehr stark Das hat mich ein bisschen gewundert Aber ich hab mir nichts dabei gedacht Weil es halt Boateng war Aber dann kam diese Ecke von Fafan Dann kam dieser Kopfball Und auch der hat sich irgendwie Stark angefühlt Nicht irgendwie, dass er stark gewinnt hat Aber er hat sich stark angefühlt Und deswegen gucken wir mal Vorsicht selber nach Ob das denn überhaupt Alles so mit rechten Dingen Gezüge oder ob die Schusskraft Hochgestellt ist Gucken wir mal auf Einstellung Und gucken wir mal nach Ob noch Slider an sind Aber nö Weder bei uns noch beim Computer Sind Slider angestellt Das heißt Boateng hat einfach Wirklich eine krasse Schusskraft Und ich hoffe natürlich Dass er das weiter fortsetzen kann Wir gehen in die letzte Szene Mit der letzten Szene der Partie Nochmal Pedro mit dem Schuss Der mittlerweile Der einzige Mittlerweile nicht mehr Der einzige namhafte Spieler Auf dem Platz War dann Iniesta Und ich glaube Xavi auch Wurden noch eingewechselt Hat aber im Endeffekt Alles nichts mehr gebracht Denn ich kann schon mal voraussagen Dass dieses Spiel Mit 2 zu 1 Für uns ausgehen wird Iniesta wie gesagt Kommt noch rein Aber auch diese Ecke von Pedro Vorgetragen wird Nichts mehr am Ergebnis ändern Denn das war es wie gesagt So ziemlich aus dieser Partie Wir gewinnen mit 2 zu 1 Nach dem Ballgewinn Hier von Jermaine Jones Und haben somit Den ersten großen Gegner geschlagen Zwar nicht mit A11 Angetreten Der FC Barcelona Aber schon mal mit einer Elf Die gar nicht so schlecht war Unter anderem mit Neymar Mit Iniesta Und so weiter und so fort Und dementsprechend Freue ich mich auf jeden Fall Sehr bei dem Sieg Und hoffe Dass das einigermaßen Zu eurer Vergnügung war Auch wenn das Ganze Natürlich nur ein Sieg In einem Testspiel war Aber das ist ja schon mal Ein guter Anfang Und angeblich gefällt euch Der Karrieremodus ja auch ganz gut Zumindest sagt ihr das Da sehen wir übrigens Aguero Grüße nochmal an Gandalf Leck mich Und naja So dann Transferangebot Und zwar für Lars Unnerstall Und das nehmen wir natürlich an Denn den brauchen wir sowieso nicht Wir brauchen nicht 4 Keeper Wenn wir uns jetzt noch einen 9 holen Und damit haben wir wieder 2 Millionen am Start Und Hertha BSC hofft Vorladen bald zu verpflichten Ich könnte mich schon mal Von dieser Folge verabschieden Und mache das auch Denn das war es von dieser Folge Es passiert nichts mehr Schreibt mir in die Kommentare Welchen Keeper Und welchen Stürmer ich mir holen soll Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Haut rein Ciao Bis dann